Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Postelion Video News. Hand- und Heimwerker hassen es. Eine alte Schraube lässt sich nicht lösen. Und bei jedem Versuch nutzt sich der Kopf weiter ab, bis man mit dem Schraubendreher überhaupt nicht mehr weiterkommt. Doch genau dafür gibt es jetzt eine Lösung. Schrauben, die praktisch keine Kontur mehr haben. Ein Ärgernis, das jeden Tag tausendfach zur Verzweiflung führt. Der Hamburger Hobby-Tüftler Gernot Weber hat nun einen speziellen Rundbitt erfunden, der Abhilfe schaffen soll. Ja, ich bin seit Jahren genervt von den Schraubköpfen, die durchdrehen. Und ich als renommierter Erfinder habe gedacht, das gucke ich mir mal an. Der Heimwerker fand heraus, dass herkömmliche Schraubendreher oder Akkuschrauber nicht mit defekten Schraubköpfen kompatibel sind. Ja, die Köpfe sind ja rund. Da kommt man mit Schlitz oder Kreuzbitts natürlich nicht so besonders weit. Die Lösung lag für Gernot Weber auf der Hand. Er erfand einen Rundenbitt. Der passt jetzt perfekt in jeden Runden-Schraubenkopf rein. Ich darf das einmal präsentieren. Das müsste eigentlich gleich... Ja, tja, da ist dann wohl das Gewinde kaputt. Das ist dann der Vorführeffekt. Aber, ja gut, also ich denke mal, das Prinzip ist ja irgendwie klar geworden. Gernot Weber hat mit mehreren namhaften Werkzeugherstellern Kontakt aufgenommen und hofft, seine runden Weberbits schnellstmöglich zur Serienreife bringen zu können. Der Erfinder will zusätzlich auch eine eigene Schraubenserie auf den Markt bringen, die bereits ab Werk mit einem runden Schraubenkopfantrieb produziert wird und damit direkt mit dem Weberbit kompatibel ist. Der Erfinder will zusätzlich auch einen Runden-Schraubenkopf mit einem 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 Runden-